Fussballer Fussballer geworden bin ich, weil... Ja, weil es mein Vater gespielt hat und weil es ein cooler Sport ist, meiner Meinung nach. Mein wichtigstes Tor? Das 3-3 gegen Salzburg. Ibrahimovic oder Rooney? Ibrahimovic. Der nächste Europameister wird? Österreich. Mein Zeitvertreib auf Reisen? Mario Kart spielen mit ein paar Spielern. Mein Ziel für heuer? Meister und in Europa gute Leistungen zu sein. Erste oder zweite Hälfte? Beide. Federball oder Golf? Eher noch Golf. Was ich noch lernen möchte? Das kann ich jetzt schon mit dem Federball, glaube ich. Mein Lebensmotto? Am Label jeden Tag wäre es der Letzter. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Das sind ja Wahnsinn, wir sehen uns gleich, mein Himmel. Das ist ja Wahnsinn. Vielen Dank.